Mein Name ist Oliver Kratzer. Mein Name ist Matthias Bilschak. Mein Name ist Markus Ziethofer. Und zusammen legen wir jedes Auto aufs Dach. Wir sind ein super Team. Matthias ist die aktuelle Nummer 1 der Strongman Champions League. Der stärkste Mann der Welt. Markus ist einfach ein Fisch. Und ich habe eine Schwäche für Autos und Nerven. Als ich 16 Jahre alt war, habe ich mit ein paar Freunden auf einem Feuerwehrfest ein Auto umgeworfen. Damals hatte ich ein paar Bier zu viel und es gab richtig Ärger. Aber ab diesem Tag wusste ich, ich werde Strongman. Von Beruf bin ich Hochzeitsfotograf. Und heute freue ich mich am meisten auf unser Siegerfoto. Wir haben gut gegessen. Wir haben gut trainiert. Ich und die Jungs, wir sind in einer Bombenform. Wir holen uns den Rekord.